Aber es geht euch um Rokia und ich hab was hier gespielt und ich hab den WWE Champion dieses Klaus von The Slam, weil The Slam kommt ab. Ich hab den Tuesday mit meinen Namen drauf. Ich bin der neue WWE Champion und ich bin der Super World Champion. Aber wir werden natürlich noch Katzen machen und wir werden den Liedschirm zu Tichu. Und ich werde dabei sehr gut auf Acht gehen. Aber er darf mich auch kommunieren, wenn ich den Kniebeugen, Slam, was ich alles machen werde. Kniebeugen, Sit-Up, Liegestütze und Gewicht heben. Das ist das was ich mache jeden Tag. Ich hoffe, bitte abonniert meine Videos. Und ja, das war's auch schon. Ich hab grad vor... Ah, noch was. Ich hab was vergessen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo The Slam und The Ring sind. Ich glaube, die sind da eine Weile weg. Ich weiß auch nicht, warum... Ähm, ich muss The Slam, man denkt. Ich glaube, die sind dieassen... Egal, es wird jetzt funktioniert. Also weg. Und das klappt schon nur noch The Slam und Ich. Also The Slam wird irgendwann wiederkommen. Und hier nochmal der World Wrestling Entertainment Championship. dass wir in Ordnung haben, um den Schritt zu sein. Ciao.